Hallo liebe YouTuber! Wir hatten ganz viele Grasvideos. Wir haben so schöne Sachen gemacht. Wir haben eine Grasflasche gewickelt. Die sind natürlich alle bei ihren Besitzern. Wir hatten einen Graskorb mit einem Henkel. Ich mache euch da mal die Videolinks noch rein. Die wurden so oft geguckt und kommentiert und dann hatten wir, hier sieht man jetzt mal wie das im trockeneren Stadium ist, ein Grasherz. Da hatten wir so kleine Blütchen, die sind jetzt auch vertrocknet drauf gemacht. Und Gras war so ein Thema, das ist unfassbar. Wie letzten Herbst war Holz vor der Hütte und dieses Mal ist Gras im Garten. Und ich war dann am Wochenende wieder unterwegs und habe wieder mal Gras gesammelt, weil das Grasthema ist doch irgendwie unerschöpflich. Und ich habe wieder so wunderschönes, schönes, langes Gras und so tolle, so tolle, breite Halme. Also nicht die ganz kurzen. Und mal gucken. Also vorerst eine letzte Grasidee, die gibt's heute. Und so einen kleinen Eindruck davon zeige ich euch, weil da kann man das so ganz toll dekorieren, wie man so eine wunderschöne Gras-Schlange macht. Aber im Detail kommt es jetzt gleich im Video. Bevor ich mit dem Gras anfange, muss ich natürlich erstmal die Basis überlegen, weil, wie so oft, um in der Floristik, um Formen zu geben, arbeite ich mal wieder mit Draht. Ich habe hier einen 2 mm Alu-Draht. Ja, das ist hier jetzt diese schöne Rolle. Und da kann man auch so viel damit anfangen. Ja, ich habe in ganz vielen Videos, habe ich, habe ich Draht. Ja, also Steckdrehte, Alu-Drehte, Wickeldrehte. Draht ist so das Unikum, weil ohne Draht lässt sich also gar nichts fixieren. Ja, und ich meine, was ja auch in der Floristik wirklich ein Quantensprung war, war ja mal die Erfindung von Steckschaum. Weil bevor es Steckschaum gab, wurde alles gedrahtet. Ja, das fand ich ganz interessant, weil früher mussten jede Blüte drahten. Ja, auch für einen Trauerkranz und so. Da konnte nicht in Steckschaum gesteckt werden, sondern da wurde gedrahtet und es wurde alles morgens gemacht. Da gab es nicht einen Tag vor der Arbeiten. Ja, und da hat sich da hat sich echt viel getan. Aber obwohl es natürlich auch Steckschaum gibt, Draht ist, Draht ist so wirklich das Mittel, um Dinge zu fixieren und um Formen zu geben. Ja, es ist Wahnsinn. Und bevor ich in der Floristik gearbeitet habe, habe ich immer nur die Blumen angeguckt, aber nie die Drähte. Aber wenn ihr einige meiner Videos guckt und mittlerweile gibt es ja, naja, was habe ich denn? 100, 150. Ich habe gerade vorhin überlegt. Ich glaube, das sind es bestimmt. Oder Anni, ja, 140, 150 Videos. Weil für diejenigen, die neu dazugekommen sind, ich mache das so seit Februar 2019, gibt es jede Woche ein neues Video. Und ich zeige, also ich zeige unheimlich viel Natur, Natur, Natur-Deko-Ideen mit Naturmaterialien. Also mein Fokus ist wirklich die Natur und mit offenen Augen, ja, draußen zu laufen und aus, ja, aus vermeintlich einfachen Dingen, wie jetzt auch diesem Gras hier, eben doch schöne Arbeiten zu machen. Das ist eigentlich immer so meine Idee. Und viele Dinge, die ich früher nie angesehen habe, was man eigentlich draus machen kann. Ich drehe das jetzt doch nochmal um. So. Sie dreht ja nicht zu meinem Kameramann. So. Und dann wickele ich erstmal das Ende dieser von meiner Gras-Schlange. So. Und tatsächlich ist es so, dass sich das am besten arbeiten lässt, wenn man in der linken Hand das Gras hält und immer wieder anlegt. Ja, man braucht ja doch immer wieder ein neues Büschel. Und mit der rechten Hand die Drahtspule. Wenn man die Drahtspule nicht fest in der Hand behält, dann hat man leider das Phänomen, dass, sorry, ich versuche mal, dass die Drähte nicht so viel Geräusch machen, dass diese Drahtspule sich so, dass die so aufspringt, ja, und die sich dann leider auch verheddert. Das ist, ja, das ist ziemlich unangenehm. Und auch ich kämpfe ein bisschen damit, dass der Draht nicht Unsinn macht in meiner Hand. Also immer schön festen Zug behalten. Sackt sich immer so leicht. Also wir kämpfen auch zeitweilen mit unseren Drahtspulen. Aber sie sind, es ist so ein herrliches Material und es ist auch so ein toller rötlicher Schimmer von diesem Draht, dass ich doch also auf diesen, auf diesen schönen, schmückenden Mürtendraht lieber zurückgreife. Und ich könnte ja auch grünen Wickeldraht nehmen, aber den finde ich dann einfach nicht so schick. Und, naja, Floristen stehen ja schon dafür, dass sie auch immer die Dinge schön machen. Ja, das ist, ja, und so lege ich jetzt immer ein bisschen Gras hier an und wickele. Ja, genau. Wickele bis ich im Grunde genommen, bis ich hier am Ende bin von meinen Alutreten. Da brauche ich jetzt natürlich ein bisschen Zeit dazu. Es ist eine Fleißarbeit. Ich versuche auch immer, die Enden vom Gras zu nehmen und anzulegen, weil wenn ich so anlege, dann habe ich viel zu viele Fitzel, die wieder raus stehen, sondern ich würde mir gern dann auch die Arbeit diese sparen, dass ich diese Fitzel auch noch alle reinwickeln muss. So, jetzt gibt es natürlich so, jetzt kommt so die Situation, dass ich immer da drumrum muss. Ich könnte mir das Leben leichter machen. Bieg einfach das Ende um und dann komme ich da leichter drumrum. Ich versuche also schon, das so ein bisschen zu umgehen. So, immer ein Bündelchen, ein kleines Büschelchen nachfassen. Ja, und das ist jetzt einfach Fleißarbeit, das Ganze bis unten hin zu wickeln. In letzter Zeit habe ich ja auch einige Grasarbeiten gemacht. Und das Gras trocknet eigentlich auch sehr, sehr schön an. Also selbst ich kämpfe beim Draht immer ein bisschen damit, zum einen, dass der Draht immer unter Spannung bleibt und dass der mir nicht, ja, dass der nicht so aufspringt. Ja, ihr habt das ja auch schon öfters kommentiert, dass euch das auch so geht. Ja, es geht mir auch so. Ich muss auch immer ein bisschen kämpfen und manchmal ist auch wirklich, dass der Draht sich verwirrt, dass man den nicht mehr auseinander bekommt. Und es gibt dann manchmal so Situationen, da könnte man ihn, also er ist traumhaft schön, aber er ist manchmal einfach ein schwieriger Kandidat. Und auch ich habe diese Situationen, ich hatte also jetzt hier auch so ein kleines Malheur und habe dann so ein bisschen was abwickeln müssen. Ich behalte es einfach und nehme das dann wieder als dekoratives Element und tue dann so, als ob das gewollt wäre. Und ja, damit ich den Draht unter Spannung halten kann, habe ich mir jetzt einfach als kleine Hilfe, nehme ich meine Schlange, knicke die mir so bei, ja, damit ich hier, ich würde ja nicht um diese Schlange, wenn die jetzt hier so rauslaufen wird, dann komme ich, dann komme ich hier nicht so drum rum. Das ist die ganz einfache Erklärung. Und je mehr, je mehr Gras ihr anlegt, desto dicker wird natürlich auch diese Schlange, was ja auch schön ist, ja, wenn die so richtig Volumen hat. Oder man kann auch noch Heu drunter wickeln und dann Gras drüber wickeln, also da, damit man Volumen bekommt. Oder was man auch machen kann, ist, man kann mit Papier, also mit Packpapier die Basis wickeln, ja, erst mal Drahten und dann Gras drüber wickeln. Ja, also es gibt also ein paar Tricks, mit denen man Volumen gewinnen kann und das gehört also dazu. Das machen wir auch manchmal, ja, wenn wir wollen, dass die, dass die Basis, das heißt bei einem Herz oder das heißt auch bei so einer Arbeit, dass die Basis einfach schon so ein bisschen dicker ist oder bei einem Kranz, ja, da kann man dann natürlich so mit kleinen Tricks. So, ich muss noch mal kurz hier dieses Monster mir ein bisschen vom Leib halten. Ja, da kann man sich mit so kleinen Tricks behelfen. Und ansonsten ist es wirklich Fleißarbeit, diese Drahtrolle immer in der Hand zu behalten und den Draht immer auf Spannung zu halten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das Ganze muss jetzt natürlich noch ein bisschen bearbeitet werden und die Grashalme, die da raus stehen, müssen alle abgeschnitten werden. Nicht den Draht anschneiden, sonst ist die ganze Arbeit natürlich umsonst, aber muss jetzt ja schon schön glatt gemacht werden. So, das ist jetzt mal meine Grasschlange. Die Länge, die kann man natürlich dann beliebig noch erweitern, da kann man sich austoben. Und also entweder, was zum Beispiel ganz süß ist bei Feiern, man kann auch diese Grasschlange so auf den Tisch legen, dass sie sich nur so entlang schlängelt, ja. Und jetzt mal nur so angedeutet, man könnte zum Beispiel einfach so Räschen und schöne Kerzen dazwischen stellen. Das ist so eine Idee. Die nächste Idee wäre, dass man diese Grasschlange auch mit Blüten beklebt, ja. Schöne kleine Blüten oder auch Rosenblütenblätter, weil Rosenblütenblätter halten natürlich leider nicht so lang. Und schick finde ich ja auch, dazu habe ich jetzt mal eine kleine Holzsäule genommen, wenn man hier, wenn man die Grasschlange, ich habe hier so ein Drahthäkchen gemacht, hinten. Und dann, wo ich die einhänge, da muss ich jetzt erstmal fixieren, ja, man muss, damit die, damit die eben nicht rausrutscht. Augenblick, einmal größer machen. So, die hänge ich jetzt hier einfach ein. Flop, wir haben ja unseren Draht da drin. So, und jetzt kommt natürlich diese schicke Idee, die auch auf dem Foto gezeigt war. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen drehen. So, drehen und drehen und drehen. Oh, und vergiss meinen Haken. Man kann entweder einen kleinen Nagel hier reinklopfen, oder man nimmt diesen Spalt, wie ich das gemacht habe, so zu Hilfe, und macht da eine Draht rein und wickelt diese Grasschlange um den Holzblock rum. Ja, genau so was, so was habe ich mir eigentlich gedacht. Ja, und hat das dann so als Deko. Ist es natürlich auch immer schön, wenn irgendeine hübsche Deko ist, dann kann ich zum Beispiel eine Orchidee in den passenden Farbton draufstellen. Und was bei dieser Grasschlange, egal ob ich sie auf den Tisch lege, oder ob ich sie jetzt an der Holzsäule dekoriere, ist schön, wenn ich kleine Blüten drauf mache, Rosenblütenblätter oder kleine Blüten. Oder ich kann was auch sehr Schönes jetzt, was es im Sommer gibt und was ganz toll hält, sind Strohblumen. Oder man lässt Fuchs-Schwänzchen mitlaufen, dass man so eine blumige Deko hat. Ja, zum Beispiel, das ist jetzt nur so angedeutet, und also die Länge dieser Grasschlange, die kann man dann also noch beliebig variieren. Das dauert dann natürlich so lange, und das wollte ich euch jetzt nicht antun. Und man kann zum Beispiel auch noch, um das Ganze zu stabilisieren, dass das hier perfekt sitzt, kann man hier nochmal ein Draht mit einem Draht die beiden verbinden. Oder man macht hier ein kleines Nägelchen noch rein und fixiert diese Schlange. Oder, gibt es natürlich auch noch Trick 17, ich nehme einfach nochmal so einen Myrten-Draht und gehe mit diesem Myrten-Draht, genau, so mache ich es, der helfe ich. Ich gehe mit diesem Myrten-Draht einfach nochmal um die Holzsäule rum und schon sitzt meine Grasschlange. Und weil ich mag das nämlich jetzt nicht, dass die so von der Holzsäule wegflieht, ja, das ist jetzt, das gefällt mir nicht. Und dann mache ich die nochmal drumrum. So. Ich kann die einfach nochmal ein bisschen festwickeln, dass sie, so, genau. So habe ich mir das gedacht, dass sie perfekt sitzt. Also da ist jetzt gar nicht so viel Draht und nicht so viel Arbeit nötig. Aber das, auch hier wieder das Beispiel. Mit Draht lässt sich also nicht nur die Schlange wickeln, mit Draht lässt sich auch diese Grasschlange jetzt an der Holzsäule. Vielleicht habt ihr eine schöne Deko-Säule zu Hause, lässt sich auch schön fixieren. Und egal, ob ich jetzt hier meine farblich passende Orchidee drauf stelle oder ob ich, Moment, natürlich genügend Ideen, ja. Dann kann ich auch zu Hause, das ist natürlich eine Wahnsinnswirkung, geht jetzt ein bisschen die Höhe, sprengt wieder fast die Höhe von meinem Laden. Aber dann kann ich das auch auf den Fußboden stellen, ja, so eine Holzsäule. Hier ist auch die Knöterich-Vase, die in dem letzten Video habe ich gezeigt, wie man die macht mit wirklich einfachen Mitteln und ohne Strauß-Bindekunst. Ja, und so wird doch, egal was da drauf steht, oder es ist auch ein Sektkühler mit ein paar schönen Blumen, wird eben dieses jeweilige Gefäß oder die Blume, wird einfach, ja, schon zur Königin erhoben, indem es nur so dekoriert ist. Und, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Gestalten eurer Grasschlangen, ja, und eventuell ist eben auch auf dem Tisch so geschlängelt und ein paar schöne rosa Stumpenkerzen dazwischen, ein paar Wäschen mit passenden Blüten. Was man dann auch noch machen kann, ist natürlich, Moment, muss ich gerade mal hier rüber greifen, gerade auf dem Tisch würde ich zum Beispiel auch noch ein paar Äpfelchen dazwischen legen, ja, also es ist, oder die kann man sogar, hier reinlegen, ja, sieht auch total süß aus. Also, es gibt ganz viele dekorative Erweiterungen dieser Ideen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Idee gut gefallen hat. Ich freue mich natürlich über ganz viele Kommentare und schreibt einfach mal, was euch denn sonst noch mit Gras einfällt, weil es gibt ja wirklich viel, 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 was man damit machen kann. Ich habe jetzt ein paar Sachen gezeigt, aber vielleicht habt ihr dann noch neue Ideen dazu und ich lerne ja auch nie aus. Und ich bin gespannt auf eure Berichte und, ja, antwortet natürlich auch auf die Kommentare, wisst ihr ja immer. Bleibt dran, ich freue mich, dass ihr dabei seid auf meinem Kanal und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, gute Zeit, bleibt gesund. Tschüss!